So, dann wollen wir doch mal sehen, ob der liebe Thomas hier seinen ersten Waller fängt und seine Schleimlecktaufe macht. Ne, bleib, 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 bleib. Er kommt. Er kommt. Jawoll! Thomas! Thomas, ey, der wollte direkt ins Boot heben, ja? Ne, ist er doch! Dein erster Waller. So, ich helfe dir beim Landen und dann wird das Vorfall abgeleckt, ne? Geil, mach ich. Richtig zu machen? Richtig zu machen. Thomas, was war das? Quick Release nennt man das. Quick Release? Ja. Hier, guck mal, da unten ist doch ein bisschen Schleim. Oh, das war aber ordentlich.